...verlassen, wir müssen selber aktiv werden, wir müssen selber auf die Straße gehen und selber Druck aufbauen. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, wir sind heute auf dem Weg zur Verti Music Hall, das ist da drüben am anderen Spreehufer. Dort trifft sich heute der zentrale Immobilienausschuss, Deutschlands größte Lobbyistengruppe aus dem Bereich Immobilien, Immobilienverwertung und Bauen. Das sind also genau die, die von den ganzen Mietenwahn sind, von den rasend steigenden Mieten profitieren. Und wir sind sauer, wir sind einfach wirklich sauer, dass es immer wieder weitergeht. Es gibt gar keinen Stopp und diesen Stopp, für den kämpfen wir. Wir kämpfen dafür, dass es vielleicht irgendwann gar keine Miete mehr gibt. Richtig viele Leute, deswegen vorhin noch die Ansage, wenn wir bei der Verti Music Hall ankommen an der Möhrenstraße, dort wird es noch eine Abschlussgrundgebung geben. Da gibt es viele Redebeiträge, aber auch Musik. Also bleibt dann noch eine Weile da. Und ja, ab 18 Uhr findet dort das sogenannte Vernetzen statt. Also richtig widerlich. Genau. Wir kommen jetzt auf die Warschau-Straße am Ostbahnhof, äh, Quatsch, am Ost, am Warschau-Straße am S-Bahnhof vorbei. Da gibt es viel Publikum. Seid nochmal richtig laut, gebt nochmal alles. Wir kommen jetzt auf die Warschau-Straße am Ostbahnhof, äh, Quatsch, am Ostbahnhof, äh, Quatsch, am Ostbahnhof, äh, Quatsch, am Ostbahnhof, äh, Quatsch. Also, wir kommen jetzt auf die Warschau-Straße am Ostbahnhof, äh, Quatsch, am Ostbahnhof, äh, Quatsch, am Ostbahnhof, äh, Quatsch, am Ostbahnhof, äh, Quatsch, am Ostbahnhof.